Hallo Leute, Marc Wellinghaus. Das ist jetzt mein zweites längeres Video zum Thema Gegenwehr, Abwehr und Zurückschlagen für all das Unrecht, was mir in meinem Leben und ganz besonders in meinen 14 Jahren Münster geschehen ist. In Amerika war es eigentlich auch nicht anders. Ich habe euch ja schon ein bisschen erzählt, dass ich da gekämpft habe. In Amerika kann man sich selbst vor Gericht verteidigen, wenn man die Wahrheit hat und die hatte ich und ich habe ja auch gewonnen. Dann komme ich nach Münster, um meine Mutter neun Jahre zu pflegen und siehe da, ich werde dargestellt von der Justiz Münster wie ein schizophrener, krimineller, asozialer, Trunkenbold und Schläger und ja, fast schon Terrorist. Es ist wirklich, wirklich ein Skandal, der größere An wieldiertząd ... Vielen Dank.